Wieder verloren, was? Ei, Robert ist ein Teufel mit sehr fragwürdigen Umgangsformen. Dann habe ich heute zwei Männer verloren. Also, wie heißt du wirklich, Mädchen? Mary Reed für meine Mom und auch für meine Freunde. Aber kein Wort zu irgendjemand, sonst entmanne ich dich auch noch. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020